Hallo Leute, Willkommen zurück zu Resident Evil, The Darkseid, The Umbrella, The Umbrella Darkseid Chronicles. Ja, es fängt schon wieder an. Aber richtig. So Leute, erstmal wollen wir erstmal wieder die Waffe kurz machen müssen auf Level hier. Vielleicht ist das Maschine wäre jetzt auch gleich fertig. Vier Sterne für Level 4. Genau, davon gehen wir einfach mal aus, wenn man vier Sterne, also Level 4 muss kriegen kann. Und mehr Anpassung unmöglich. Die Kraft, Depp, ist ja lächerlich. Echt mal. Das ist richtig lächerlich. Aber egal, gut. Wir haben zwei Waffen jetzt auch voll. Genau, gut. Okay, also die Hauptstory haben wir ja im letzten Part durchgesuchtet. Aber richtig. Und wir haben auch so einiges freigeschaltet. Uns ist aber aufgefallen, dass die letzte Mission beim, genau, wo man es halt drauf gegangen ist hier, war das hier, der Wacken City hier? Ja, das ist die Zerstörung von Wacken. Die Zerstörung von Wacken City, genau. Wir mussten, die letzte Mission müssen wir auf Rang A schaffen. Dass wir da dieses Bonus-Szenario freischalten. Und das haben wir uns überlegt. Ja, das machen wir off-screen, weil wir wissen nicht, ob das so extrem lange dauert. Und wir haben einfach keinen Bock, da sind Ewigkeiten da hinzuziehen. So zwei, drei Parts oder sowas, nur um das zu schaffen. Deswegen haben wir uns überlegt, machen wir die Bonus-Szenarien jetzt da alle. So nach und nach. Wir fangen hier mit Anfänger 1 an und arbeiten uns vor. Je nachdem, was wir halt alles freischalten können. Genau, weil wir haben nämlich auch uns bestätigt, wenn wir das hier durchspielen, schalten wir das hier frei. Haben wir jetzt auch schon bestätigt durchs Internet. So, und dann hier, wenn wir das hier, wenn wir das hier durchspielen, schalten wir das hier frei. Und wenn wir das hier auf Rang A schaffen, schalten wir das hier frei. Also das ist alles erstmal noch machbar. Das machen wir dann erstmal einfach, weil wir sind die zwei großen Kapitel hier alle fertig. Genau. So, jetzt muss man kurz das Mikro verrücken, wartet mal. So, jetzt hört wieder was, alles klar. So, das ist leider Einzelplayer-Modus, so, Robin, das sollst du erstmal machen. Und wir haben auch geguckt, da gibt es irgendwie eine Möglichkeit, da gibt es irgendwie die Möglichkeit, dass wir das hier auch zu zweit machen könnten, aber dafür müssen wir irgendwie ganz viele andere Sachen freischließen als merkwürdige. Ja, also erstmal irgendwie alles auf Rang A schaffen und sowas und ganz ehrlich. Hier, Robin. Das ist voll schwer. Ja, ey. Wir kriegen unendlich Munition, wenn wir alles auf Rang A schaffen. Die sind doch bescheuert. Ja. So. So, wir wollen erstmal anfangen hier. Robin zockt jetzt Wesker. Wilker, wir schauen, was da jetzt für Hintergrundinformationen rauskommt. Und wie lange so ein Ding dauert. Wie lange jetzt so ein Bonus-Kapitel hier dauern soll. Die Pläne, um die Regierungs-Trainings-Facility zu verwenden, wurden von Markus' unverfassungsvollen Ausflug. Nicht nur das, aber das Ergebnis herausfällt, dass das Virus in die Region, die die Maschine umgebracht hat, die Maschine umgebracht hat. Das Virus in die Region, die die Maschine umgebracht hat. Oha. Jetzt ist die Nacht. 30. 30. Jolie. Ah, guck mal. Huh. Perkken. Wie ist das? Wir wissen ja durch Darkseid Chronicles, was aus dem Typen wird. Aus William Birkin? Ja, genau. So ganz verzwickt alles. Ja, weil du alleine spielst. Das wird ein Problem. Okay, der ist tot. Oh yeah. Die ganzen Sachen hier erst mal freizuschalten. Es gibt noch so viele andere Sachen freizuspielen, die irgendwie... Da muss man echt überall Rang A schaffen und so weiter. Oder Rang S ist das total... Das machen wir jetzt nämlich nicht und deswegen... Wir zocken einfach alle, was wir hier haben. Und versuchen halt alle Bonus-Szenarien freizuspielen. Wenn sein muss, off-screen. Ja, genau. Ich muss sagen, zumindest, dass ihr die Hauptsache seht. Habt ihr ja schon gesehen. Marcel, du kannst ja eventuell das denn so machen, dass du das... Also die ersten Parts irgendwie... Also wie verlinkst du das hier, dass die Fans dann halt sehen, was danach kommt. Also wie es halt weitergeht, weil das steht, das... Wir haben jetzt erst mit die Hauptsache so durchgespielt, ja. Und jetzt... Die meisten vielleicht jetzt nicht mehr, was in den ersten Parts passiert. Ich weiß nicht, das ist neun Parts her. Iiiiih! Vorher sogar hat man oben geworfen. Oh Gott. Äh, äh, Robin. Ja, ey. Das wird's jetzt machen. Das dauert so lange, einfach nur. Du hältst einfach nur drauf. Tschüss, Robin. Tschüss. Ich geb wieder Mühe, Mann. Alter, Robin ist dead. Boah, das ist so kacke, ey. Oh Gott. Es ist jetzt noch 0, ne? Aber er erzählt, ich bringe jetzt die Stars in die Villa, Mann. Hau da erstmal ab. Oh, fies, fies! Boah, das ist immer so kacke, ey. Wenn du alleine bist, kannst du immer... immer schlecht mit denen. Was, wie bitte? Das ist mit den Nachleisen, wenn man das kompliziert denn... Ach so. Zö, da musst du durch. Du, 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 du... So, weh. Du, 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 du... So, weh. Wir waren aber grad mit dem Schuss Tor, das sind zufällig trocken oder was? Oder in Kürtel? Aber ich würde mir da... Ah ne, wir sind ja oben, Sammerei. Also das ist keine spezielle Waffe oder sowas. Nö. Boah, Alter. Du hast schon andere Waffen gefunden, nimm nochmal andere Waffen. Wenn du gestürzt. Ist doch nicht cool, wenn du stirbst. Ach, mal ein Schriftstanz halten, Alter. Boah, Alter, du bist so ein Ratte, ey. Scheiße! Boah! Schau, 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 schau. Schau, 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 schau. Schau, 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 schau. Schau, schau, schau. Schau, schau, schau. Geschafft. Nein. Ja, ja. Du, die, ich glaube, das ist echt so und so lange nochmal... ...und so 20 Minuten. Hi Kraut! Glaubst du nicht? Ich glaub's auch nicht, aber mal gucken. Die lassen die lockerer. Also zeitlich wird das nichts. Das ist ein Nackedei. Das ist ein Nackedei, ja. Die macht der Packer hier, ne? Aber er hat keinen Lümmel. Hier haben wir den... Hier haben wir den... Hier haben wir den großen Tyrant besucht. Meine Mecknum... Ah, Sturmglatze! Ui, Sturmglatze voll... Ich geh... Oh, schreien! Der hat... Der hat von damals hier die... Ah, scheiße! Die Schwimmkappe falsch auf. Wir haben... Robi, du musst ihn töten. Ich glaub, Robi wird sterben, Leute. Was meint ihr? Ja, ich glaub mein Heil... Heildings hier also. Ja, okay. Aber... Trotzdem. Es ist alles ein bisschen... Chaotisch, was du da machst. Echt? Dann spiel du mal nachher, Alter. Mach ich auch nicht. Dann halt dich so fette Zeit immer so... Mh, 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 mh. Dann nimm die Waffen alle mit da! Da links oder... Ja, ist ja gut! Jetzt hat da das Farb. Ja, nicht wahr, Alter. Ja... Hehehe. 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 Machine gun! Pump gun! Pump gun! Iiii... Oh, ne, nicht so ne Scheiß-Kinder, die sich erst zusammensetzen. Oh Gott, was, 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 was. Schön weggeschnitzelt. Da ist er auf den Boden geschossen, so. Einfach rübergelatscht. So, wird Robin es schaffen? Das ist die Frage hier, ne? Sind die müssen doch gar nicht so schwer. Boah, nochmal... Das ist alles in der nächste Folge, oder was? Ne, das ist alles beim nächsten Mal. Tschüss! Weil, weil die Wunsmission von Dark Star Collegals, äh, die waren alleine ein bisschen kacke. Die waren schwer. Ja. Allerdings. So, müssen wir hin. Puschte Button. Äh. Du hast den Strom wieder eingeschaltet. Yeah. Control Point! Ah, gut. Hälfte durch. Freut er sich. So, Daten werden erstmal gesaved. Geil, Robin! Weiter geht's. Was? Guck mal, okay, hier muss ich aufpassen, das ist kacke. Und stark. Ja, Schiff, rauf drängen. Das macht er doch gut, der Robin es hat fließt, wie ein Käse. So, mal guck mal, ob wir hier auch... Ja, fließt er wie ein Käse, ekelhaft. Guck mal, ob wir hier auch irgendwie durch, wie müssen wir uns Sterne kriegen? Oh, ich würde auch fast sagen, ja. Ja, mit Sicherheit. Ja, hier, da muss man ein paar mehr, dann kann man nicht schon wieder ein Level auf-levels. Ja, wir haben erst, wir haben erst zwei Waffen komplett. So, schnell nachher, yeah. er kommt noch nicht so gemein er habe ich jetzt mal zurück der spieler ein bisschen doof stellen die sich alle schon an war warum bleibt er da so nah dran gleich keine muni mehr gleich keine muni mehr und leer das schaffst du aber man ist echt scheiße dann hat er jetzt nachgehen so eine Szenario übersprungen werden hier Robin wird verkecken Nee, ich kecke nicht hin. Das schaffst du ja schon. Hallo? Wir sind da gerade eben gewesen. Wir sind beide gerade gewesen, ja. Wieso wird der jetzt wieder zurück? Achso, ja stimmt, der muss ja wieder zurück. Da müsste der Tyrant nicht irgendwo liegen, dann haben wir doch platt gemacht. Oder ist der vor uns hier gewesen? Alter, mach die doch alle fertig. Robin, was ne Granate? Woop! Woop! Was ist das lohnen? Oder war ein Highkraut? Und, komm! Alter, voll weggekickt. Alter, einigesammelt. Hey, hast du ja neuer Pischelgun? Äh, äh, noch voll ich bin geschossen. Yeah, alter! Oh, ne Schuhe hat dich gegrabt! Komm! Fazak! Und wieder Swootfall zurückgesprungen. So, Alter, siehst du die Augen? Die bleiben doch ganz komisch in der Mitte. Die bleiben so... Wow, Alter, einfach ohne. Alter, war das jetzt so knapp, ey. So. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. So, wieder schön nach oben fahren, hier. Was er da alleine schafft, alter! So. Und dann sind die ganz ganz kurz kapitel. Na, vielleicht doch so 10 min. alle, wah? also ich hätte ich jetzt jedenfalls mal mein jugendlichen leichtsinn und da ist doch jetzt ein witz oder was die käsefüße erst einmal er sei mich doch verarschen den haben wir getötet aber anscheinend nicht er will mich doch natz er will mich doch verarschen etwas rolle nach hast du die schafft ach es ist das erste mal dass sie den kennenlernen dr doch doch die kennt er anscheinend doch schon wird die 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 nur los von den mal ihn ab die ausweichen zu werden der vierte glitsch war wohl nichts an er sei durch die wester der beträtigte da kommt der rolle er hat auch keine vierzeige sowie der buchseller was willst du denn den machen erst mal ausweichen ist erst mal wichtig erst mal einfach ausnatzen den typen der guckst du so scheiße war darauf warum bist du nicht lange nicht kommt hier wenn er kommt muss ausweichen wenn er aber kommt dann kommt da eben war ja aber du bist leer er hat auch eine magnum wissen die magnum eine magnum art affen tippen tobo geil ja immer das gleiche nein verrufbar warum hat er keine energieanzeige was soll denn der unsinn einfach zwei minuten oder zweimal diese scheiße durchhalten die langen so ausweichen einfach zur seite ja vor dem kopf geschossen alt ja richtig hier saudi das hast du würden gemacht und jetzt kommt der entgegen und wer sie meinen er verbreitet man sich nichts mehr er schon komisch schnell schnell weg jetzt hau ein jetzt hast du wohl ein weiter nicht wahr machen das war ich glaube echt fies gerade was willst du da nicht machen? OUH! 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 Alter voll ausgelöscht! Die Magnum ist ja mega stark! Hä? Da hätte doch die Hälfte noch ich hätte noch die Hälfte an Energie gehabt. Ja du hast die gerade sau schnell weggeballert. Ich wollte gar nicht hier sehen. Ich bin so kufff 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 richtig viel. Ihr schafft Robin. Echt? Ich war jetzt der Meinung, dass ich jetzt... Es ist brettel. Der BOW braucht noch ein bisschen mehr Arbeit. Der geht komplett zurück zu working oder was? Wo will er hin? Irgendwann hat er gemerkt... Der Strom ist ausgefallen. Ach der will zum Zug? Oder wo will der hin? Ist der doof? Ey der wisst du gar nicht was er will. Oh. Das ist toll. Hätten Sie sich ersparen können. Jetzt ist es zu Ende. Was ist das denn? Oh Robin, Alter. Oh Robin! Zwei Sterne. Zwei Sterne für den Arsch. Und den Magnum freigeschaltet. Und Szenario. Anfänger 2 freigespielt. Geile Sache, Mann. So, du hast Rang B. Wie soll ich denn Albträume zum Beispiel Rang A schaffen? Wie sollen denn die... Geht doch gar nicht. So, cool. Dann haben wir das hier jetzt. Alles soweit voll. Voll geil. Geile Sache, ey. Soll ich das gleich machen? Joa. Sag ich mal, oder? Warte mal. Ich wollte eigentlich Rebecca zocken. Oder soll ich nochmal machen? Na ne, dann... Genau, oder? Oder ich mach das so. Du machst dann Rebecca. Ja, egal. Und Albert Wester können wir uns dann wieder teilen, oder so. Machen wir mal so? Äh... Oder was? Äh... What do you want? So, haben wir noch? Naja, ein ganz bisschen Zeit bloß noch. Hm, fangen wir trotzdem an. So, ich kann jetzt echt zocken? Ich kann auch zocken, wenn du willst. Mir ist eigentlich... Alter, dann musst du zocken. Aber du musst dann rechtzeitig, wenn ich sage, Stopp drücken, musst du Stopp machen, ne? Also vor allem wegen Putt, also dust einfach hier Plus und so. Plus ist Stopp. Ja, äh... So, okay, Robin wieder übergeben. Alles... Nein, nicht so. 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 Komm, das sind doch alle Waffen da noch. Jedes Fläckchen ist eine Waffe. Ah, zahle, ey. Scheiße. Ich weiß nicht, ob die Magnum sich jetzt lohnt. Hast du die mitgenommen? Die... Die ist ja automatisch drin, oder nicht? Nee, du bist ja ähnlich, wenn du die findest im Spiel, ja. So kannst du bloß eines... eines Subweapon mitnehmen. Egal. Wesker brachte die Schallbahn zum Laufen und erreiste die Oberfläche. Die Schallbahn. Die Schallbahn. Ähm. Er musste immer durch das Ausblanzenden kommen. Wo... Bio-organische Waffen nach Blut heulten. Siehste, BOVs. Oh shit. Aspen. Und das ist schon wieder, toi... Der sollte irgendeine Maschin... Maschin-gun. Ey, voll gemein ey. Ach, Robert, war da diese erste Uhr nicht geschafft... Also das ist das nicht. Man muss die nicht, nein, nicht den Rang A. Schafften... Ja, das würde, wenn... Man muss man ne ziemlich künstler werden. Ja, aber die muss ja auch nicht Rang A schaffen. Das ist die Elixier. Elixier. Wenn das später hier nicht weiter frei jetzt... Ach du musst bei der Fehlermaus. wo wir die fehlermausmusik haben wo sie ist irgendwie jetzt wieder zurück keine ahnung warum wo will er hin der mensch abgeknallt nun warst du schon vollgeladen hast du nicht geschossen kurz 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 das war die Krufe erschossen wenn sie link du die genauer ist genau die Doktorin Professoren macht sie alle per die Mahl schnell hier ist der Panik machte die Jahre das mit den mit dem Zeitraum es hat was er in der Erfurt mit dem Gremi die Kälte für die Ruhe würde für dich eine Granate auffangen so verliebt ist der Typ in dem Song ja man die Kälte schädelnden nach vor verlaufen Gnade. Boah, kommen wir zu kurz. Kommen wir zu kurz. Oh, vor uns bin ich geschossen. So, hier war die ganze Monkey Action. Ah, hier die ganze Monkey. Genau. Genau. Aber hier kommen wir auch nicht bei einem Monkey. Oh! Heilkraut. Unbedingt nehmen. Ah, yeah. Komm ich wieder auf hier. Fröscht hier. Oh, vor die Frasier schossen. Man kommt aber auch ganz gut klar. Weil hier auch nicht so viel... Nicht reizig. Hier kommen wir halt mal. Ja. Ja. Na ja. Aber wer soll hier denn jetzt der... der Boss sein? Oh! Kommt einfach so an in Slendert, so eine Spinne. Boah, ein ganz alleine läuft der hier durch, ey. Ja, ja. Fit ist der Wesker. Ich würde doch irgendwie mal mich dabei haben, der mir den Arsch frei hält und wie. Mein Wesker ist so tough, komm wieder raus. Weil nicht wirfner grad drinnen. Der bestimmt mit's Punkt hier eben. Aber du musst ja jetzt nicht irgendwie lang achten. Oh Gott. Oh, sehr geil. beiztroffen bestimmt nicht Lohn sich gar nicht scheiße Naja Naja Oh mein Gott Wie sieht der aus? Waaah Guck Boah war beknallt Geile Sache Robby Naja guck Ohhhh Guck guck Die Pistole reicht irgendwie aus ja Mit Unter manchmal Ja naja weil Wenn so viele sind muss man irgendwie Am besten die Maschinenpistole haben Shit Oh Oh Alter das ist übel Das ist übel ey wenn du echt mit den Zeigefinger Ah guck mal Waa was was Waa was Waa was Waa was Oh nein Robby Kill sie man Die Robby Nein Robby Ohhhh Gleich bist du tot Robby Alles voll fies mit dem Nachladen Komm muss wir jetzt noch einen Kontrollpunkt erreichen Kontrollpunkt Mhmm Mhmm Und yeah Oh ja zum Glück ey Das sind geheilt aber auch nicht so viel Das heilt überhaupt nichts Nicht wirklich viel ne Wo kommt ihr viel mehr her Ist klar Der sieht wie aus wie ein komischer Spanier 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 Na so sah der aus alter What Yeah da ist jetzt auch wieder schön Muni Kannst jetzt eigentlich schön verballern So Hallo Ganate 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 Guttel Guttel Der PC Robin Oh der Part ist vorbei Robby Echt? Na klar man Na ja dann drück mal Start wa So Ok Leute Vielen Dank wieder fürs zuschauen Robin ist voll am ausflippen Aber richtig ey Ganz alone hier Home alone alone Ja ok Bis zum nächsten Mal Ciao 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 Ciao